ich bin katja so ich habe euch ja gesagt wir machen hier mit den labeln die wir geschrumpft haben aus diesen riesengroßen sprüchen wo wir die kleinen gemacht haben mit diesen schrumpf folien machen wir raten die ersten beiden sind ganz simpel und einfach kennt ihr noch den lavendelblock und der finde ich der passt super zu solchen sprüchen und da habe ich mir dieses platt papier rausgenommen und ein die landen kartenrohling der kommt einfach hier drauf ja es muss nicht immer alles so kompliziert sein manchmal reicht auch einfach einfach und schlicht noch mal gucken dass wir es richtig rum haben dass ich es richtig rum habe meine güte dass wir das echt mal abgewöhnen wie mit dem so hat jeder seine macke und das ist so ein schönes papier und ich finde da passt ganz super dieser spruch zu lass dich vom leben küssen ganz sanft und ganz wild mehr brauchst du auch gar nicht jetzt weiß ich nur nicht wie ich diesen spruch da anklebe ich glaube da nehme ich vielleicht lieber den hier den vbs das war den hier oben oder machen wir den hier unten ich finde ihn hier oben so ein bisschen schräg ganz gut nicht so schräg aber so ein bisschen dann hatte ich ja letztens dieses dicker vom action mitgenommen weil dann noch so einen kleinen lilanen glitzernden schmetterlinge das war so ein bisschen glitzer haben hier einfach in die mitte rein und ich finde mehr braucht es gar nicht und dann ist die erste karte auch schon fertig ich packe mal hier so ein bisschen was drauf ein bisschen gewicht so erste karte fertig für die zweite karte habe ich mir aus dem blog dieses papier ausgenommen und einen weißen kartenholing dann habe ich mir ein bisschen lila wellung genommen ein brett und da soll einfach dieser spruch drauf bin ich am überlegen wie ich den komplett durch also zumindest durch die beiden jetzt muss ich nur mal genau gucken wie ich das haben möchte das soll so mittig hier rein und wo soll der spruch hin eher so hier oben oder doch hier in die mitte da mal was zum pieken das ist schon ein bisschen vermanschter okidoki da würde ich jetzt versuchen durchzustecken alles den hier hinten auseinander dann können wir auf das wellum noch mal gucken dass es jetzt hier gerade ist einigermaßen gerade soll schon gerade sein dann kann hier wo der spruch ist ein bisschen klebstoff hin und wie sieht es total schief aus oder habe ich jetzt hier ein knick in der optik das würde ich eigentlich gleich zu hängen lassen obwohl wenn man das dann weg macht dann sieht man hier das klebezeug das ist auch doof also müssen wir das auch ein bisschen festkleben so ein bisschen schräg dass es so runter hängt ein klecks kleber in die mitte ja jetzt fällt sich das wellum hier so hoch da könnte ich noch mal mit einer tacker nadel welche farbe haben wir drin gold passt nicht da muss ich mal die schublade zu kriegen und die auf irgendwie sucht man immer das was man gerade braucht hier sind hier oben mit drauf ja hier sind sie rosa aber rosa passt glaube ich auch nicht so richtig oder dann vielleicht ein schmetterling ein hier dann ist es da oben fixiert aber dann hält das andere nicht okidoki wir lassen uns was einfallen aber was das ist ja hier sowieso schon ziemlich dick durch dieses ding star ich habe noch mal nach meiner zettel gucken ist das ist unten durchgefallen einmal auf die seite und einmal auf die seite jetzt kommt das hier wieder hoch es kommt so langsam es kommt es noch nicht so wo ich sage ok ich klebe das erst mal auf und dann schaue ich noch mal drauf was man da eventuell noch machen kann vielleicht nicht so viel jetzt ist eh schon genug feuchtigkeit drauf gleich extra ein bisschen breiteren rand gewählt ich finde dann kommt die farbe von dem lilanen von dem lavendel noch mal viel schöner zur geltung also ich finde es gut ich müsste jetzt nur noch hier kleben ich lasse das erst mal so wir machen mal weiter mit der dritten karte und dann schauen wir ganz zum schluss nochmal drauf weil die dritte karte ist sie kompliziert da bin ich mir noch nicht ganz so sicher entschuldigung also dieser wussten ich habe mir hier ein von diesen im boss dicker rausgesucht habt ihr schon ein bisschen distressed ich habe hier noch ein papier mit noten genommen auch mit diesem komischen dings hier hier mit diesem ding habe ich die ränder auch distressed und mit braun gewischt das habe ich mir vorgestellt soll hier so drauf den spruch habe ich auch schon gewischt das problem ist nur wenn man da drüber fasst geht die farbe so ein bisschen ab das soll ja vintage sein das etikett hätte ich gerne hier unten und da da ja noten sind und alles habe ich erst überlegt musik instrument ich habe aber keins gefunden deswegen bin ich hier auf das grammophon gestoßen weil es geht so ein bisschen unter habe ich hier bei meinem restpapier noch was grünes das ist wie breit 5 und höher kann es ja ruhig sein stecken stecken mal 5 jetzt habe ich es aufs wellum geklebt ich tun muss auf jeden fall fällt schon mal mehr auf ist irgendwie noch nicht so das was mir jetzt richtig gut gefällt muss ich zugeben ich rühre mal hier nach dem band oder ein dunkles so von oben nach unten finde ich auch nicht so verkehrt oder ein bisschen weiter nach rechts so und wo das dann so halb drauf ist nicht so einfach aber band finde ich schon schön ich schneide mir mal ein stück ab die aufleger noch mal zur seite oder wir machen das schildchen nach oben das nach unten mein die sind wirklich also praktisch sind sie ja aber auch ein bisschen und praktisch wenn man denn mal was einzelnes braucht das finde ich immer ganz schön für vintage sachen das washi tape ich wollte ja mal ein bisschen mehr washi tape benutzen hier so der anfang auch nicht auch wenn ich doch jetzt nur die inspiration von euch auf sagen könnte oder stört mich das grüne dass es zu klein ist oder soll ich das noch mal in weiß matten ein bisschen weißes papier ne aber weiß geht ja da gar nicht was hat denn das hier noch das hat rosenmuster auf der anderen seite auch nicht schwarz ne schwarz gefällt schwarz ist jetzt hart also ich glaube dass das steht schon dass da unten ist das ging es leider alle ist ja auch schon zehn jahre alt da einfach mal ein bisschen wasser wieder drauf durchwühlen hier braucht ein bisschen länger aber es geht noch es gibt noch noch geht es ein bisschen vielleicht sollte ich mir mal ein neues kaufen aber ich habe hier noch eins aber das ist zu hell so gleich wieder wegräumen abwischen jetzt besser oder ganz ohne so hat es hier so nach hinten hier drauf drüber machen das schildchen so ein bisschen auch nicht schlecht oder aber irgendwie fehlt mir noch ein bisschen was im hintergrund aber was irgendwas fehlt mir noch hier so rum ob ich noch irgendwas finde weil hier liegt ja auch immer so viel krempel rum blaue sterne gehen nicht ich bin gerade echt überfragt ich habe hier noch so selbst gemachtes das glaube ich das ist das gefällt mir ich glaube das gefällt mir ich schneide mal da einfach einen streifen ab jetzt nehmen wir nochmal unser dürstchen das ist ja hier ja wenn da mehr farbe drin wäre würde das jetzt noch reichen aber es reicht nicht das ist zu weiß die dinge die hier raus gucken würde ich gerne noch ein bisschen dunkler das habe ich da habe ich einfach so kleber aufgetragen und dann bin ich mit diesen foil flakes darüber habe die fest gerubbelt ich finde das hat irgendwie auch so einen schönen vintage look ok es müsste ein bisschen erstmal gucken ob er das überhaupt gefällt aber dann auch noch ein band oder ist dann zu viel er sieht schon bei mir dauern karten immer stunden so finde ich das glaube ich ganz cool jetzt darf das natürlich nur oben und unten nicht so einen geraden abschluss haben und es ist ja auch noch ein bisschen größer ein bisschen was abschneiden auf welcher seite hier unten und dann gehe ich noch mal mit diesem ding hier oben an der seite eigentlich auch oder das macht immer so einen dreck aber dann haben wir wieder weiße ganzen dann gehen wir da jetzt noch mal mit dem pensel drüber jetzt ist ein bisschen ausgefranst und dann hole ich noch mal mein pinselchen das braune pinselchen und noch mal die leere farbe und jetzt gehe ich noch mal hier über die kanten jetzt gefällt mir das schon richtig gut das ist das in vintage foto wahrscheinlich kann man auch jedes andere braune kissen nehmen ich klebe das jetzt erstmal auf weil sonst wären wir hier nie fertig mal gesagt ungefähr hier das englisch und ungefähr den gleichen abstand so sieht es gut aus der spruch soll auf welcher höhe ich habe gelegt das mal hier ein bisschen höher dann kommt das band bei 1 1 2 3 ok jetzt bräuchte ich wenn ich stellen rankommen würde aber hier habe ich meinen ganzen haufen hin geschmissen was ich gerade momentan wegräumen muss 1 2 3 hier und hier und hier und hier und hier und hier hier schild ach so da wollten wir ja eventuell dass da drunter kleben so ein bisschen warm ich kenne das jetzt einfach alles zusammen kleber drauf weil die emboss sticker die kleben ja nicht möchte ich das logo jetzt klebt jetzt egal jetzt muss das so ich hätte dann ein bisschen was unter kleben können wir die karte hat jetzt so lange gedauert da gehen wir uns jetzt nicht mit so kleinigkeiten ab hier hätte ich echt noch rechts und links löcher machen können dann hätte man dann noch so ein brett als schrauberei machen können aber okay jetzt ist das so jetzt fehlt mir hier oben in der ecke noch was aber wir hatten doch die schönen die passen von der farbe nicht das passt nicht von der farbe hier innen habe ich den rest von dem was ich abgeschnitten habe drauf geklebt ich klicke das jetzt ganz schnell zusammen bevor ich mir das anders überlege manche karten da sitze ich dann aber auch echt gefällt mir das nicht dann gefällt mir das nicht ganz schlimm ist bei euch so wenn ihr eine idee im kopf habt könnt ihr die ganz schnell umsetzen oder habt ihr da manchmal auch so wenn er das dann so hingelegt habt ihr euch das gedacht hat gefällt euch das nicht mehr jetzt mit dem rand so fühle ich das schon ganz gut und das sticht nicht so raus sondern das ist noch so als kleiner akzent doch jetzt gefällt mir das ganz gut was sagt ihr wir können ja immer noch mal was drauf pappen ab machen ist immer so eine sache aber noch irgendwann drauf kleben kann man ja immer noch ich würde jetzt erstmal sagen die ist fertig habe ich auch die umschlag irgendwo da ich nicht andere stück von dem papier mit drauf gemacht das ist also karte nummer drei karte nummer zwei gucken wir uns auch noch mal an ich finde die eigentlich schön so wie sie ist ich glaube die braucht gar nicht mehr also noch mehr bling bling oder so schmetterlinge bin mir nicht sicher also am besten gefällt mir ich habe ganz braune finger nicht dass ich jetzt hier noch meine karten war manche wartet mal kurz jetzt geht es natürlich nicht ab ob man wie ich aussehe ich schweinchen ja jetzt mit den nassen dreckigen fingern auch noch mensch mensch hier macht man das mit war so das war die erste karte die gefällt mir wirklich am aller allerbesten da habe ich jetzt drin nichts weiter war nicht ausnahm ich den rest streiten wieder auf den umschlag gemacht die hat lila kraft und habe ich auch wieder den rest streifen drauf geklebt hammers drei karten mit diesen schildchen was will man mehr hat auch lange genau gedauert ich danke euch für eure geduld mit mir ich hoffe ich konnte euch ein bisschen unterhalten und ein bisschen inspirieren vielleicht macht das ja mal nach und dann sage ich vielen dank fürs zusehen lasst mir doch einen daumen nach oben da würde ich mich echt freuen und ein abo ist kostenlos und dann sehen wir uns zum nächsten video tschüss eure grobi tschüss